Hallo, ihr Schwanzlusser! Na los, macht schon! Noten bereit, Link! Irene only, erstes Set. Die Rhythmusgruppe geht zuerst raus. Tenner, das Schlagzeug ist eine beschissene tonale Katastrophe. Stimmt das Ding, klar? Rhythmus und Solisten, Takt 45. Wir steigern das Tempo, klar? Takt 106, Blechbläser. Vergesst nicht, dass wir eine große None spielen. Und denkt dran, das Lincoln Center und andere nutzen diese Wettbewerbe, um zu entscheiden, an wem sie interessiert sind und an wem nicht. Und ich lass mir meinen Ruf in dieser Einrichtung nicht beschmutzen. Von einem Haufen verfickter, schlappschwänziger, miestöniger, flachbrüstiger, temposchwankender Arschgeigen. Kapiert? Eine Sache noch, Eugene, gib her. Wenn ich je wieder eine davon irgendwo liegen sehe, und das schwöre ich beim verfluchten Gott, höre ich auf, so höflich zu sein, geh mir verflucht noch mal aus den Augen, bevor ich dich vernichte. Bühne rechts in Reihenfolge jetzt. Ich kann dich immer noch sehen, Minimi!